Hallo und herzlich willkommen zu einer Spätausgabe des Predilogs, ein bisschen verzögert heute. Ich kam nach Hause, habe gegessen und bin weggepennt, auf der Stelle. Keine Ahnung, warum ich so erledigt war, aber hier bin ich nun. Und ich muss euch direkt sagen, dass Netflix ein der besten Dinge ist, die ich seit langem erlebt habe. Also seit ungefähr einer Woche jetzt, ja, ich glaube ziemlich genau eine Woche. Ich gebe jetzt diesen amerikanischen Streaming-Anbieter auch in Deutschland, also man kann da Fernsehserien und Filme schauen über diesen Service. Auf jedem Gerät, das es eigentlich gibt, also PC, Tablets, Smartphones, Xbox, PS3, Wii U, ist natürlich im Grunde nichts revolutionär Neues. Im Grunde gab es ja in Deutschland auch schon Watch Ever und so Zeug, aber Netflix ist der erste Service dieser Abend, mit dem ich jetzt wirklich schaue. Und es ist super, also ich bin noch im Probemont und habe dieses Paket für 9 Euro, glaube ich, also 8, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig gucken kann und HD-Inhalte hat. Also da wir zwei Leute im Haushalt sind, ist es logisch, dass da zwei Endgeräte parallel ganz nützlich sind. Und es ist echt super, also zum Beispiel letzten Samstag war ich in der Innenstadt, habe ein bisschen Zeug angekauft und bin dann nach Hause gekommen und dachte mir, jetzt muss die Bude ein bisschen nach vorne mal gebracht werden. und normalerweise, was ich dann gemacht habe immer ist, wenn ich es im Fernsehen lief, was oft der Fall ist, Samstag Nachmittag, dass ich auf dem Fernseher wie die Xbox One Twitch anwerfe und irgendwie einen Stream nebenher schaue. Aber das war dann je nachdem, was lief, auch nicht ganz so spannend. Und das war echt so, ich kam mal nach Hause, habe meine Xbox angeschmissen, habe gesagt, hey, geh zu Netflix und konnte dann mir einen Film anschauen. In dem Fall habe ich mir Tucker & Dale vs. Evil angeschaut, den ich noch nie gesehen habe und fand ihn sehr cool und auch, ich habe das Gefühl, dass das Angebot von Netflix so ziemlich genau, also Netflix scheint zu wissen, was seine Zielgruppe ist, also dass halt eher auch die geekigeren Leute Netflix schauen, denn es sind jede Menge Filme dabei, die einfach die breite Masse ansprechen. Es sind auch Disney-Filme dabei, was ich cool finde, aber auch solche Filme wie zum Beispiel Sharknado oder Gigantoshark vs. Sharktopus, ich erfinde einfach Wörter, aber irgendwie so Zeug. oder Lesbian-Vampire-Killers und so Zeug. Und auch grandiose Zeichnixieren, also für meine Pony-Fans ist das komplett drauf. Dann gibt es Transformers in zwei Wärten, einmal in der Animated-Series, also die aktuellste Animated-Series und... Und der Transformers Prime heißt die Serie, glaube ich, die ist dann 3D-animiert, da habe ich jetzt reingeschaut und war ein bisschen abgeschreckt, ehrlich gesagt, von der Animationsqualität, aber ich habe herausgefunden, dass die Serie sehr gut sein soll. Also vielleicht gebe ich der Serie noch mal eine Chance. Dann gibt es die Super Mario Bros. 3-Show. Also in Deutschland damals lief ja, da kann ich mich daran erinnern, die Super Mario Bros. Super Show. Und es gab ja auch eine TV-Serie zu Super Mario Bros. 3 und zu Mario World. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass die in Deutschland liefen, aber anscheinend, denn es gab... Also es ist ein komplett deutscher Synchro drin. Und ich habe mir die erste Folge angeschaut von Super Mario Bros. 3 und dann, das ging gar nicht. Das ging geil so. Erstmal die Animationsqualität war grottig, ne? Also als Kind wäre mir das egal gewesen, aber jetzt denke ich mir so, wenn man halt keine Nostalgie dafür hat, ist es hart, das anzuschauen. Und dann habe ich auf Englisch geschalten, aber das war auch nicht wesentlich besser. Also es ist übrigens cool, dass man eigentlich alles in der Originalsprache auch schauen kann, man möchte auch mit Untertiteln. Also grandios cool. Und ja, aber Mario Bros. 3, ne, es ging gar nicht. Was ich schade finde, es gibt keinen Turtles. Also es gibt von Turtles den TMNT-Film, also den Animationsfilm, was ich cool finde, den habe ich noch nicht gesehen. Aber gut, vielleicht kommt da noch mehr nach. Zum Beispiel die neue Nickelodeon-Serie, das fände ich super geil. Und bin gespannt, was da noch nachkommt. Also man kann sich so Listen anlegen mit Zeug, das man schauen möchte. Und ich habe halt echt diese Liste immer voll geboxt mit TV-Shows und Filmen, die ich nachholen möchte und glaube, ich würde jetzt schon irgendwie ein Jahr lang gucken können, ohne dass ich da das Zeug abarbeite. Und das ist auch ganz lustig, weil man schaut eben was an und dann kann man sich auch anschauen, was einem Netflix aufgrund von dem, was man angeschaut hat, vorschlägt. Und ich würde so gerne wissen, was man mittlerweile bei mir denkt. Ich habe so The Walking Dead, Tucker and Dale vs. Evil, dann die Dokumentation Super Size Me, Turtles, Transformers und den My Little Pony-Film, den ich noch nicht gesehen hatte. Das ist der Dequestion Girls. Das heißt, Netflix muss einfach so die Algorithmen komplett durchbrennen, wenn sie versuchen herauszufinden, was sie mir jetzt empfehlen sollen. Aber es war ganz lustig, weil ich bin eigentlich ein großer Fan von Dokumentationsfilmen, so wie Super Size Me. Und da gibt es einen ganzen Batzen von, auch das allerbizarre Zeug, einer heißt irgendwie, ich glaube, After the Porn oder After the Porn Ends, wo es eben, also es klang sehr interessant, so vom Klappentext sozusagen, dass es über Pornodarsteller geht, die eben aus der Industrie raus sind und dann versuchen, in ein normales Leben reinzukommen oder sowas. Und es war einfach nur scheiße langweilig. Vor allem die ersten 10 Minuten waren so verwirrend und das habe ich dann gar nicht weitergeschaut. Aber es ist cool eben, man entdeckt damit Zeug, das man vielleicht nicht kennt und kann mal reinschauen. Das ist durchaus cool. Und es ist auch super geil, dass sich bei jeder Show im Grunde merkt, wo du warst. Das heißt, ich kann irgendwie jetzt am Mittag anfangen, eine Folge Doctor Who zu schauen, auf der Xbox One im Wohnzimmer, dann irgendwann im Nachmittag da Pause drücken, die Xbox ausschalten, dann am Abend in meiner, an der Xbox 360 im Schlafzimmer weiterschauen sozusagen. Super cool. Kann ich also jedem nur empfehlen, der gerne ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Filme und Serien schauen möchte. Erstnehmen heute ist auch kostenlos, also nur zu, nur zu. Geht auch am PC, sogar noch am PC schauen, wenn ihr jetzt nicht auf einer Konsole das draufpacken wollt, was ich aber durchaus empfehlen könnte. Genau. In Sachen Spielen bin ich auch mega ausgelastet. Ich bin so kurz davor, Project Crosszone durchzuspielen, a.k.a. das Spiel, das das schlechtste Spiel ist, das ich jemals so lange gespielt habe. Aber der Fanboy in mir ist stark und das werden wir, das werde ich schaffen. Die Game Challenge sieht sehr schlecht aus. Ich habe so viel gespielt, aber nichts durch. Unter anderem habe ich jetzt am Wochenende angespielt Hyrule Warriors, habe es auch ein bisschen gestreamt. Das habe ich auch mit Njappi ein bisschen im Koop gespielt. Wenn ich mich da jetzt reinknie, kann ich vielleicht sogar Freitag noch ein Review machen. Wenn ich den Donnerstag aufnehme, das Footage, könnte das reichen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich hätte Bock drauf auf jeden Fall. Also macht euch in nächster Zeit den Hyrule Warriors Review von mir gefasst. Dann habe ich Disney Infinity 2.0 gespielt, das Marvel Superhero Set. Ich bin ja mittlerweile ein großer Marvel Fan und habe mir das auf der Gamescom angeschaut gehabt und habe das gespielt. Also Marvel Superheroes von Disney Infinity ist eben so wie Skylanders so ein Spiel, wo man den Figuren auf so eine Platte stellt und dann erscheint die Figur, die man spielt im Spiel oder die Figur, die man draufstellt im Spiel. Und da bin ich soweit, bin noch nicht so ganz warm geworden mit. Das lag aber daran, dass ich eben nicht so lange gespielt habe. Ich mag den grafischen Stil. Wir haben es im Splitscreen gespielt, Jappi und ich. Ich habe Groot gespielt von Guardians of the Galaxy und sie war Rocket Raccoon. Also wir spielen gerade das Guardians of the Galaxy Spielset. Und das war eigentlich ganz lustig. Ich habe meinen Stammladen in München, bei dem ich alle Videospiele vorbestelle, die ich kaufe und auch alles kaufe. Und ich habe dann eben angerufen und gesagt, hey, ich brauche Hyrule Warriors und Disney Infinity kommt nächste Woche raus. Kriegst du Spice für mich her? Also kein Thema. Aber Disney Infinity, muss ich erstmal kurz gucken, wo es im System ist. Und auf jeden Fall habe ich dann Disney Infinity abgeholt bei ihm im Laden. Beim Chris heißt er. Der Eigentliche vom Nippon Dreams. Und zwar sein Mitarbeiter, der Johannes da. Und Johannes hat mir erzählt, dass der Chris ganz irritiert war. Warum will denn der Matthias, warum will denn der Disney Infinity haben? Und dann hat Johannes auch gemeint, da steht Marvel drauf. Und so, ah ja, okay, das ist der Grund, der ganz ehrlich ist, ist vielleicht bescheuert, aber Marvel hat für mich dieses Spiel verkauft im Grunde. Also, Daumen hoch dafür. Ich habe im Grunde übrigens auch einen Heroes of the Storm Alpha Key. Und ich kam noch nicht dazu, ein Minuten zu spielen. Wäre einfach so viel um die Ohren und alles, leider. Ich wollte eigentlich auch nochmal ein Eindrucksvideo machen von der Gamescom. Wollte ich da mit der Alpha jetzt ein bisschen verbinden. Keine Chance, momentan absolut alles dicht. Dann erscheint noch das neue Magic-Set am Freitag. Also, ich weiß nicht, was gerade los ist. Dann bald kommen so viele neue andere Spiele und Dinge werden umgeworfen. Unter anderem Evil Within und Smash Bros. natürlich. Großartig, großartig. Man kommt gar nicht mehr raus. Und das wäre, glaube ich, so weit alles, was ich so erlebt habe, spielerisch und nerdig in letzter Zeit, in der letzten Woche. Ich dachte, ich lasse mich mit diesen Eindrücken jetzt wunderbar aus der Leine. Und ja, ich werde jetzt irgendwas spielen. Nur weil es weiß ich nicht was und mit wie vielen Menschen je nachdem, wer noch am Leben ist hier. Ah, es lebt. Wunderbar. Holte ich den Herr Pfeiffer. Bis dann. Ich bin es weg. Bye, bye.